Guten Abend miteinander. Heute möchten wir Ihnen einen besonders leistungsfähigen Staubsauger vorstellen. Dieser kommen Sie nur bei Coop zu einem wirklich erstaunlichen Preis über. Der Schlittenstaubsauger Satrap Classic hat für Teppich eine drehbare Pedalendüse mit einer speziell grossen Auflagefläche. So einfach ist das Umschalter auf Bürsten für die harten Böden. Der Satrap Classic bietet Ihnen aber noch viel mehr. Hier die Fugendüse für schwer zugängliche Stellen. Polsterdüse, die man auch im Auto brauchen kann. Bei leichten Sachen wie Vorhänge kann man die Zugkraft so regulieren. Dank dem Rahmengitter werden die Gardinen nicht in die Düse hineingesogen. Hier hat die Langhaarbürste eine viel grössere Wirkung als zum Beispiel eine Staublumpe. Und dort ist die Kurzhaarbürste viel besser als eine kleine Bürste. Ah, der Satrap Classic von Coop hat sogar eine Radiatorenbürste. Jetzt noch schnell schauen, ob es einen neuen Staubsack braucht. Abstellen. Und sechs Meter lange Kabel hineinziehen. Alles ohne Bucke. Der Satrap Classic gibt es in allen grösseren Coop-Center und Coop-Warenhäuser. Und zwar weitaus günstiger als vergleichbare Modelle. Erst noch mit einer Jahresgarantie und einem erstklassigen Coop-Service. Ich habe da noch eine wichtige Mitteilung für die Einwohner am Oberen Zürichsee und Umgebung. Morgen am 8.Gatt in Rapperswil, der neue Coop-Supercenter auf. Da hat es einfach alles. Von den Frischprodukten, der Metzgerei, Bäckerei bis zur Bekleidung, Foto, Musik und DIY. Aber jetzt Achtung. Für den 10'000 Franken Wettbewerb schicken Sie einfach wie immer eine Postkarte ans Coop Mittwochstudio, Postfach 4091 Basel. Einsenderschluss ist der 2. Oktober. Die Aufgabe ist ganz einfach. Notieren Sie drei von den Coop-Aktionen, die jetzt gerade kommen. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit.